Was ist die Trommelschule im Keller? Wir haben vor fünf Jahren ein Lokal gesucht und haben dann letztendlich dieses Lokal gefunden und seitdem machen wir Schamanismus und Trommeln in diesem Haus. Es gibt eine Trommelschule im Keller, es gibt eine schamanische Praxis und die Räume werden vermietet an Qi Gong, Tai Chi und andere Körperbewusstseinsformen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist in diesem Land verdammt schwer, als Ausländer zu leben und vor allem, wenn man es an der Hautfarbe sieht. Und wenn ich dafür, für Usman, für Bissi und für Ibo und für alle anderen etwas tun kann, dann bin ich sehr dankbar dafür, weil es ist umgekehrt so viel, wie diese Menschen uns geben, kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass irgendjemand anderes mir das gibt. Und dafür danke ich euch und deshalb mache ich diese Arbeit. Vielen Dank. Vielen Dank.